Das rödelt wie Sau. Stimmt, mit Schwarz war das, dass er denn nicht mehr erblockt, ne? Oder sowas? Also nicht mehr zurückweicht, oder? Oh, ich trau mich nicht. Ach, was soll's. Armreif. Wasser des Lebens. Das eine war ja eigentlich... Okay, ich hab mal Armreif gefunden. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Für... Das ist ein Accessoire. Das ist... Halt... Das geht intelligenter. Okay, du hast was am Arm. Dann kriegst du das. Nein, so nicht. Okay, ist kein Schalter. Ja, hätte sein können, dass das ein Schalter ist, weil es so erhoben war. So weit. Ich drücke übrigens nach oben, jetzt. Ich kann sie damit aber auch nicht ihren Überraschenden von hinten nehmen, ne? Ich will trotzdem gegen die kämpfen, ich will nicht. Okay, jetzt gehen wir. Demon fang! Entstanden. Get ihn! Demon fang! Are you okay? First fang! Guardian! Are you okay? Sword fang! Get him! Wind fang! Don't get in my way. Sword fang! Force fang! You picked the wrong guy to mess with. Level müssen wir immer immer so ein bisschen deswegen... Weil Level müssen wir immer so ein bisschen... Sicher? Das ist nicht... Es wirkte so. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wo waren. Was soll ich denn jetzt lang? Ich habe da jetzt so ganz intelligent so, hey, cool, Steine, aber... Hey, will ich mich verarschen? Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich lang soll. Warte, es gab noch eine andere Tür. Lass uns durch die... Warte. Vielleicht ist es das nicht. Wir hatten noch unten eine Tür gehabt. Jetzt habe ich die vergessen. Ich habe es. Wir haben hier unten noch was. Vielleicht müssen wir dafür nur noch etwas... ...etwas anderes machen. So, jetzt sind wir hier. Was ist jetzt? Achso. Hey, dort ist eine Fackel. Hier stand einst eine Stadt, die durch Ifrids Höllenfeuer zerstört wurde. Versuch, sie zu entzünden. Okay. Ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße. Das habe ich vorhin gemacht. Ihr seid gemein. Ihr seid gemein. Das habe ich vorhin gemacht. Ihr seid gemein. Ihr seid gemein. Ihr seid gemein. Hey, der Boden hat sich bewegt. Ah, ich kann auch hüpfen. Das ist auch gut. Hüpfen ist gut. Ich kann hüpfen, wenn ich ausweichen drücke und nach oben, dann hüpfe ich. Speicherkristall gefunden. Das ist doch schon mal was. Das war gemein. Das war gemein. Das war gemein. So, da oben, wo vorhin der andere war, ist da auch noch eine Tür rein? Ja. Dann gehen wir da erstmal lang. Wir haben zwar schon eine Fackel, die wir machen können, aber lasst uns trotzdem erstmal hier gucken. Lasst uns die Forschung beginnen. Ich habe versucht, die ganze Zeit hinter ihn zu hüpfen, weil wir dann, glaube ich, mehr Schaden machen. Wenn wir hinter ihn sind. Ich muss übrigens niesen. Warte. Entschuldigung. Oh, wir werden angegriffen. Oh. Oh. Ja, ich sehe was zu tun ist. Ich sehe was du von mir willst. Ich sehe was zu tun. 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 Ein Feuer konnten wir nicht entzünden. Ich sehe was zu tun. 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 Don't overdo it Don't overdo it Don't overdo it Don't overdo it Okay, da konntest du nicht mehr drauf reagieren Okay, das war fies Da hab ich halt nicht mehr mehr die Chance zu reagieren Huch, der hat das ja einfach instant gemacht Oh man, ihr dürft nicht gleich sterben, wenn ich das Ah, jetzt häng ich hier voll in der Luft, weil er plötzlich die Spezialmove macht Dass du da am Arsch klebst Don't overdo it Ich muss mich immer ganz kurz hier hinten mal hinstellen und kurz mal Ist ja schön, wenn du mal weglaufen würdest von da an, ehrlich gesagt Mädel Das hat gut hingehauen Don't overdo it Don't overdo it Don't overdo it Don't overdo it Ich hab extra versucht zu tanken, aber gut, hat ja doch noch hingehauen War einmal ein bisschen tricky, weil, naja, wir plötzlich nicht mehr tank waren Und ja, dann wurde es schwierig Aber wir haben eh Fried für sich Du, die Chosen der Regeneration Offer your prayers at the altar Yes, my lord Oh goddess Martell, great protector and nurturer of the earth Grant me thy strength Grant me thy strength Colette, my dear daughter You have done well Thank you Father The guardian of the seal has fallen And the first seal has been released Ifrit will surely awaken soon In the name of Crucius I shall grant you the power of the angels Thank you, my lord The angel transformation will not be without pain Yet, it is but for one night Be strong and endure I humbly accept this trial The next seal lies far to the east Across the sea Offer your prayers at that altar Yes, lord Remuel I shall await you at the next seal The chosen of regeneration My beloved daughter, Colette Colette has wings Uh-huh, and look I can put them away too Oh wow, that's so cool Here, look, look He said the next place is across the sea That means we get to sail on a ship I can't wait A ship I wonder if there are any ships sailing with the way things are right now We should head to the coast to see what we can find Okay, you two, we get it already That's enough Okay Colette learned Angel Feathers That means that I don't know that Colette will be with it I don't know I don't know I don't know Item Thief Uh-huh Ring aus Licht erscheinen Und greifen den Gegner an Bleiben leider weiter, Lloyd Ich weiß einfach nicht, wen ich rausnehmen soll Ich weiß nicht, ob wir jetzt Colette drinnen lassen sollen Und Genius rausnehmen sollen Aber Genius ist ein Magier Und Magier sind ja auch gut Aber sie kann ja auch magianisieren Ähm Wenn ich jetzt so mache, vielleicht Ich weiß es nicht Es ist so schwierig Es ist so schwierig zu entscheiden Okay Aber das Gute ist Morgen ist Livestream Ich muss mich gar nicht entscheiden Na gut, ja schon eigentlich Ne, aber Das Gute ist, ich kann mich morgen schon mal nicht verlaufen Weil ihr dabei seid Deswegen werde ich mich jetzt hier einfach auch ganz knallhart hinstellen Und bevor wir rausgehen, werde ich jetzt hier speichern Und dann hier erstmal die Aufnahmepause machen Schade, dass wir nicht alle Kisten kriegen konnten Ich meine, vielleicht kriegen wir alle Kisten Je nachdem, was ihr jetzt sagt Aber Derzeit bin ich der Meinung, haben wir eine Kiste verpasst Achso Ein mysteriöser Stein verleiht einer Waffe zeitweil die Kraft des Feuers Vielleicht hilfreich Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Wir haben aber auch keine Items gefunden Naja, macht nix Wir finden schon irgendwann wieder neue Waffen Für Leute hätte ich gerne mal eine neue Waffe, ehrlich gesagt Oder hatten wir nicht schon eine neue gekauft? Doch, wir hatten ja die Ritter Oh Okay, hat sich gerade erledigt Wir haben tatsächlich neue Waffe Das ist eine neue Waffe, okay Dann hat sich das ja erledigt Denn gut, ich habe nicht damit gerechnet, dass Mumai eine Waffe ist Jetzt haben wir eine Okay, das heißt ich speichere nochmal Damit ich es nicht vergesse und wir sehen uns morgen zum Livestream wieder Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao Tschüss